Ja, hallo, wenn ihr das Video hier seht, habt ihr wahrscheinlich gerade vorher das Video Der sinnfreiste Tanz auf YouTube gesehen. Also, mein Kumpel hat das Video irgendwie auf privat gestellt und ich weiß nicht wieso. Also, jetzt, hier gibt's keinen sinnfreisten Tanz, aber... Ja, aber hier gibt's gar nichts, also klickt irgendwo vielleicht auf die ähnlichen Videos. Oder... Oder, 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 oder. Oder, oder, ja, okay, das ist dumm. Ne, ich muss euch ja ein bisschen unterhalten, weil ihr ja jetzt enttäuscht seid, dass ihr nicht so einen dämlichen Kacktanz sehen könnt. Jo, gebt doch oben Wackeldackelein, denn findet ihr auch bestimmt, oh, irgendwelche tollen Tänze. Jo, was soll ich jetzt noch sagen? Ach ja, ihr müsst eigentlich jetzt schon längst geklickt sein, also das Video ist so dämlich. Ne, es ist ja nur oft sinnlose Fragen, sinnlose Fragen ist einfach nur ein dummer Kanal, der einfach nur für Scheiße da ist. Los, klickt irgendwo anders hin. Na, das hab ich jetzt irgendwie voll von meinem, äh, sinnlose, äh, sinnfreie Fragen tanzt, da, bla, kopiert, aber, naja. Tschüss, bis irgendwann mal. Nein, doch, irgendwann mal. Ne, irgendwie nicht, irgendwann mal. Ihr sollt den Kanal ja hier nicht abonnieren, der ist nur für Scheiße oder ähnliches. Tschüss.